Wir haben uns am Anfang gefragt, macht es Sinn, ein viertes Mal hierher zu kommen? Es macht Sinn. Hämatom präsentiert das laute Abendmahl. Es ist Zeit für neue Hütten. Es ist Zeit, es ist... Das Ende sieht man nicht von hier. Also wir sind hier bei Hämatom, weil es einfach eine geile Mucke ist. Egal wo, egal wann, immer gut. Halligalli-Abriss-Party. Eine geile Show und eine geile Zeit. Der abgedrehteste und unheiligste Karfreitag der Republik. Mit Feuerschwanz. Kaiser. Dimitri. Dimitri. Und natürlich Hämatom. Das ist mein Leben. Hier gelten meine Regen. Das ist mein Leben. Hier gelten meine Regen. Das ist mein Leben. Hier gelten meine Regen. Das ist... Vier Bands, zwei Bühnen, ein Abriss. Meine Regen. Das laute Abendmahl am 19. April in Bremen. Sichere dir jetzt dein Ticket. Sichere dir jetzt dein Ticket.